Auf einem Baum ein Kuckuck, Simsalabim-Bomba, Saladou, Saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß, da kam ein junger Jäger. Simsalabim-Bomba, Saladou, Saladim. Da kam ein junger Jägersmann, der schloss den Abelkuckuck. Simsalabim-Bomba, Saladou, Saladim. Der schloss den Abelkuckuck. Was ist denn? Oh, halt meinetwegen nicht auf, bitte. Es war wundervoll. Verzeihung, kann ich Ihnen helfen? Ich bin die Kinderfrau. Oh, Fräulein Gustl, ah, ich hatte sie in Ordenskleidung erwartet. Fräulein Gustl kommt aus dem Kloster. Ich bin Ovidse. Agathe, würdest du Fräulein Gustl ihr Zimmer zeigen? Das Blumenzimmer oben am Ende des Flurs. Natürlich. Und seit wann wohnt ihr hier? Ich glaube, ich war noch nie in so einem großen Haus. Ich werde wohl einen Kompass brauchen, um mich in zurechtzufinden. Ich mache einen Spaziergang. Frische Luft schnappen. Ist gut. Maria, begleiten Sie mich? Äh, ja, natürlich. Wieso nicht? Aufgewachsen bin ich in einer märchenhaften Landschaft. In einem märchenhaften Haus. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin das neue Kindermietchen. Agathe, gib ihr eine Chance. Ich hatte es ganz vergessen. Was? Was für eine schöne Stimme du hast. Ich habe Maria gebeten, meine Frau zu werden. Und ich hoffe, du freust dich für mich. Sie protestieren gegen jede Aufführung und schüchtern jeden ein, der damit zu tun hat. Die Bank ist verloren. Die Bank ist verloren. Alles ist verloren. Gott steh uns bei. Sie ist ein Papa. Die Welt verändert sich und wir müssen uns mit dir verändern, wenn wir überleben wollen. Wir sind die von Traps. Bedeutet ihr unser Name gar nichts? Ich gastiere wieder in Amerika und Sie sollten alle mitkommen. Das wäre so wundervoll. Das wäre so wundervoll. Das ist erst der Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020